Kurz vorab, wir machen hier keine Steuer-, Finanz- oder Rechtsberatung. All das, worüber wir hier sprechen, ist rein aus unseren Erfahrungen. Wie sieht es mit der steuerlichen Belastung aus, nachdem im Grunde genommen gekauft worden ist, was da auch ganz wichtig ist für den Praxisabgeber? Wir, bei uns gab es sowieso den etwas kleiner oder größeren Fehler, dass wir zuerst eine Gemeinschaftspraxis gebildet haben. Das klappt, aber genau das braucht eben auch Zeit. Das ist auch keine Sache, die innerhalb von zwei, drei Wochen erledigt ist, sondern in den meisten Fällen ist es so, es läuft ja der Praxisalltag nebenher. Hallo und herzlich willkommen im dritten Teil. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wer der Herr Dr. Alexander Müller ist. wie der Weg in die Zahnmedizin war. Und im zweiten Teil sind wir dann so auf die Übernahme innerfamilie eingegangen, wo wir jetzt hier im dritten Teil nochmal anschließen möchten. Und zwar, rein steuerlich muss man einiges beachten. Möchten Sie einige Tipps geben? Durchaus. Es gibt sicher jede Menge Tipps. Die werde ich wahrscheinlich auch mit meinem, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nur Know-how als Zahnarzt. Und das große Problem an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, viele Zahnärzte machen sich selbstständig. Das große Problem dabei ist aber, im Studium lernt man nichts über Betriebswirtschaft. Das heißt, man lernt, wie setze ich eine gute Füllung, wie mache ich eine Wurzelbehandlung, wie ziehe ich einen Zahn. Das kann man alles durchführen, aber wenn es dann in die Richtung geht, eine Praxis zu übernehmen oder auch eine Praxis zu führen, muss man sich im Grunde genommen durch eigene Fortbildung, durch Bücher oder ja dann auch durch Beratung das nötige Wissen aneignen, was dann auch erforderlich ist, damit man sich überhaupt erst mal auch über Wasser halten kann. Das ist ja nicht, desto trotz eine Investitionssumme, die man da reinsteckt. In den meisten Fällen muss ein großer Kredit aufgenommen werden, für Neugründer sowieso. Und von daher ist es da sehr wichtig, betriebswirtschaftlich auch ein bisschen durchzusteigen. Da muss ich sagen, bin ich auch kompletter Laie drin gewesen. Ich habe zwar viele Freunde, die Betriebswirtschaft studiert haben und in der Sparte auch arbeiten, aber man sitzt dann natürlich auch nicht da und telefoniert jeden Abend mit denen, um die... Man will die dann auch nicht wegen jeder Kleinigkeit. Richtig. Von daher ist das ganz wichtig und ich kann Tipps geben, natürlich aus meinem Erfahrungsschatz, wie ich es jetzt erlernt oder gelernt habe. Ganz wichtig ist die nötige Vorbereitung, also die Zeit. Ich persönlich habe das so gemacht, dass ich natürlich hier einerseits den Vorteil hatte, nachdem ich aus dem Ausland zurückgekommen bin, wieder hier einzusteigen und im Grunde genommen mir persönlich dann sozusagen als Ziel gesetzt habe, mal so ein bisschen in die Hintergründe der Praxis auch einzuschauen, um zu verstehen, wie das alles abläuft. Also es ist wirtschaftlich, ja. Genau, exakt. Also nicht nur die Behandlung, sondern wie ist das Personalmanagement aufgebaut oder wie wird Personal gemanagt, wie sehen die Zahlen aus, genau wie wird abgerechnet, was wird, dadurch, dass wir ja hier auch Eigenlaboranteile haben, was wird da steuerlich abgegeben, wie sieht es generell mit einem Kassenbuch aus. Das sind alles so Sachen, die man so ein bisschen, ja, ich sage mal vereinnahmen sollte, damit man auch grob durchsteigt. Auf was kommt es da an? Durch die Beratung, die wir gehabt haben oder haben, ist natürlich dann auch immer der nötige Hinweis gegeben, dass wenn mal was fehlt, das natürlich dann auch nachträglich eingereicht wird. Aber in der Hinsicht braucht man schon, ich sage mal, ein bis zwei Jahre, um da mal so ein bisschen die Struktur auch zu verstehen, wie läuft seine Praxis eigentlich ab und wie ist die ganze Sache aufgebaut. Vor dem Kauf habe ich persönlich mich dadurch ein bisschen über Wasser gehalten, dass ich mir ein Buch gekauft habe, ganz klassisch, Praxisübernahme und mich da ein bisschen reingelesen habe, wie sieht es mit Kontoeröffnung aus, wie sieht es eben mit der steuerlichen Belastung aus, nachdem im Grunde genommen gekauft worden ist, was da auch ganz wichtig ist für den Praxisabgeber. Dadurch, dass wir natürlich hier jetzt auch einen Fall hatten oder mein Vater über 55 Jahre alt gewesen ist, besteht natürlich hier in Deutschland die Möglichkeit, sozusagen einmalig eine Praxisabgabe steuervergünstigt durchzuführen. Und von daher muss das schon ganz gut ausgeklügelt sein, dass das eben aufgrund dieser Einmaligkeit auch so weit abläuft, dass das für jeden oder für jede Partei dann sozusagen auch vorteilhaft gestaltet werden kann. Und da ist die nötige Beratung natürlich sowohl juristisch als auch steuerberatungstechnisch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, die wenigsten Zahnärzte eben da auch das nötige Know-how haben, um das entsprechend über die Bühne zu bringen. Das ist leider nicht eben so diese wie so Steuererklärung, die man dann noch ausfüllen kann, sondern da gehört dann wesentlich mehr dazu. Gab es da Unstimmigkeiten? Gab es, wie vorhin auch schon angesprochen, keine Unstimmigkeiten. Man muss sich ja selbst erst mal Gedanken machen, okay, was will ich überhaupt? Was ist tatsächlich der Wert? Wie sieht das aus? Nachdem man da ein paar Mal drüber gesprochen hat und natürlich dann auch ein paar Sitzungen mit dem Steuerberater hatte, mit den Leuten, die uns beraten, kam man da eigentlich doch relativ schnell auf den Konsens. Man kann dann natürlich auch Verträge so gestalten, die werden natürlich erst mal pro forma aufgesetzt, wird klassisch verteilt und dann Verträge auch so gestalten, dass es dann für beide letztendlich auch gut gestaltet werden konnte. Natürlich bedarf das der einen oder anderen Überarbeitung. Das ist nicht die erste Rohfassung, die dann stimmt, sondern es kommt vielleicht noch was dazu, es wird was gestrichen. Doch letztendlich hat es dann ganz gut geklappt, aber genau das braucht eben auch Zeit. Das ist auch keine Sache, die innerhalb von zwei, drei Wochen erledigt ist, sondern in den meisten Fällen ist es so, es läuft ja der Praxisalltag nebenher. Und dann sind schnell mal wieder zwei, drei Wochen vergangen. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, sich ein fixes Datum zu setzen, wenn diese ganze Maschinerie mal angelaufen ist, dass man sagt, okay, ab dann und dann soll das auch passieren. Und sobald da, ich glaube, ein Datum gesetzt ist und der Druck auch da ist, funktioniert das auch nicht. Ganz spannend, da habe ich jetzt gerade, vor einer Woche war das, habe ich einen Blogartikel veröffentlicht, gerade zu dem Thema Praxisabgabe. Also wie soll man da den zeitlichen Rahmen stecken? Und ich empfehle immer dahin, dass man zwar einen festen Zeitpunkt hat, an dem das dann übergeben, also der Schlüssel übergeben wird sozusagen, allerdings auch immer noch ein Zeitrahmen hintendran gesteckt werden sollte. Also was wäre, wenn? Haben wir dann immer noch die Möglichkeit, dann ein Quartal oder zwei Quartale später dann die Übergabe zu gestalten? War das bei euch dann auch so? Ist... Oder hat es hingehauen einfach? Hat hingehauen, ja. Also der Vater, den man hat, aber bei uns war natürlich auch die Einfachheit da, dass im Grunde genommen sich am Ablauf nicht viel geändert hat. Der Vater ist in der Praxis geblieben, als angestellter Zahnarzt dann und für den Steuerberater wurde es dann halt schwierig, weil er dann sozusagen alles managen musste. Aber ich glaube, wenn das dann weiter nach hinten versetzt wird, was glaube ich auch ganz vorteilhaft ist, was man dazu sagen muss, ist, dass man so eine Praxisübergabe, das wird vielleicht auch jeder Steuerberater dann erwähnen, zu einem Jahresübergang macht. Weil das Problem hatten wir. Bei uns gab es sowieso den etwas kleiner oder größeren Fehler, dass wir zuerst eine Gemeinschaftspraxis gebildet haben, um dann dreiviertel Jahr später wieder eine Einzelpraxis zu machen, was im Nachhinein nicht klug gewesen ist, weil wir erstens mal natürlich Ausgaben für die Berufsausübungsgemeinschaft, um die anzumelden, um dort im Grunde genommen zwei niedergelassene Zahnärzte anzumelden, Ausgaben hatten und dann natürlich diese Ausgaben nochmal kamen, als im Grunde genommen auf die Einzelpraxis umgestellt worden ist. Und das war nicht so sinnvoll und das ist auch in einem Rahmen passiert, was von März auf April gelaufen ist und unser Steuerberater hat sich bestimmt ganz groß gefreut, oder beziehungsweise die sind sich immer noch am freuen, dass da jetzt im Moment sehr viel rumgerechnet wird, weil man im Grunde genommen ein Jahr zwei Abrechnungen machen muss. Mögen die gar nicht. Nein. Nein, nimm die gar nicht. Auch unterjährlich irgendwie die Zahlen anfragen, da muss es schnell gehen. Richtig. Das ist ein riesiges Fass, auch wenn es jetzt nur drei Monate, beziehungsweise Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis und dann hinten drauf wieder Einzelpraxis. Und das war ein Fass ohne Boden. Und das ist sicher sinnvoll, sich da vorher einen klaren Termin zu setzen. Ich denke, wenn dann irgendwo verschoben wird, sollte man sich vielleicht einen Jahrespuffer geben, wenn irgendwas in die Hose geht, dass man zumindest als Praxisabgeber dann sagt, gut, ein Jahr könnte ich dann auch noch verlängern, bis es dann weitergeht. Das dann doch noch zum Jahresende. Oder, um da die Überleitung mal zu machen, die Abgabeform halt einfach so gestalten, wobei jetzt hier ganz wichtig ist keine Rechtsberatung, auch keine Steuerberatung, dass der Abgeber, also in dem Fall ihr Vater, dann zwar noch in der Praxis drin ist, stille Teilhaberschaft oder Niesbrauchrecht oder sonstige Geschichten kann man alles so gestalten. Nichtsdestotrotz da definitiv auch rechtzeitig einen Steuerberater oder einen Anwalt hinzuziehen und da halt wirklich mindestens mal meiner Meinung nach ein Jahr lang vorher schon schauen, wie gestaltet man diese Übergabe und wann. Ich glaube in der Richtung auch gefährlich, wenn dieser Anteil da noch drin ist oder so wie Sie gesagt haben, dass da noch ja im Grunde genommen eine stille Teilhaberschaft da ist, muss man mal aufpassen, dass das nicht irgendwann vom ja im Grunde genommen vom Finanzamt als Schein Selbstständigkeit da ist und dann eventuell da in Probleme kommt. Aber gut, war jetzt bei uns nicht so, lief ganz gut und wie gesagt, der Vorteil ist im Grunde genommen gewesen, dass der eigentliche Praxisablauf oder die Arbeit weiterging. Es ist keiner sofort nach der Übergabe ausgeschieden, sondern im Grunde genommen dann als angestellter Zahnarzt weitergearbeitet und wenn da Probleme da waren oder beziehungsweise irgendwas sich ergeben hat, konnte man darüber halt sprechen. Ja.